potz ist wieder am start mit mir dem illy willkommen eine neue kleine aufnahmesession und wir spielen höllenschreine und wir spielen höllenschreine im perius sieht man tatsächlich nicht mal so oft anna bereit zum einsatz der kreuz zu die macht wird mir gehören 111 lily kälte ich höre den das licht lässt niemanden im stich das das der die wikings spielen warum nicht wir haben ein gutes gank squad mit der tracer und der jojo nur wirklich immer darauf achten dass wir die lanes so behandeln dass wir immer mindestens zwei drei nach oben schicken um die zu ganken man kann es schon so machen dass also dass nasebo auf der lane stehen bleibt wo sie gerade zu dritt sind um die xp mitzunehmen mit dem ein viking und dann nach oben gehen zu dritt um die dann zu töten als das geht schon guck mal guck mal guck mal ob mein team da mit zieht und er hat jetzt nicht so den eindruck hinterlassen dass sie wüsste wie das funktioniert haa 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 der ist bronzer das heißt er wird gezogen es wird nicht mal angezeigt wer mit wem zusammenspielt das finde ich ein bisschen schade aber der dhk muss ja mit irgendjemandem zusammenspielen weil es ist ja unwahrscheinlich dass der mit bronzer hier irgendwo bei gold eingenommen wird es ist zeit zu kämpfen macht euch bereit warte mal du bist aus der zukunft aber du bist gar kein feind ich komme nicht aus der zukunft sondern aus der gegenwart glaube ich zumindest warum wir slipstream wir kämpfen in 10 sekunden 5 4 3 2 5 4 5 5 5 6 6 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 11 12 11 11 12 12 13 13 15 15 14 Ganksquart, nice müssen besser aufpassen was zu händler macht so ein talent aus es liegt so krass rum das ist natürlich mega ätzend für mich vorwärts aktiviert den schrein und vernichtet seine wächter der bestrafer wird den brennenden höllen dienen bewirkt mich jetzt jemand nicht weil die anna einfach besser treffen kann ich fühle manchmal immer noch diesen rausch die die Was ist das für mich? Das war's für heute. Naja, hier ist nicht viel mit Diven. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Geh ich zum Brunnen. Geh ich zum Brunnen. Geh ich zum Brunnen. Ja, Baki macht nen guten Job. Bisher hat das gut im Griff. Geh ich zum Brunnen. Geh ich zum Brunnen. Geh ich zum Brunnen. Es soll ja da oben weiter farmen. Und wir gehen runter. Geh ich zum Brunnen. Geh ich zum Brunnen. Geh ich zum Brunnen. Holy shit. Geh mal kurz hier hin. Ich versorge deine Wunten. Pff. Oh, das kam gut. Danke. 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 Mir geht's gleich besser. Danke selbst. Gut. Du geht's jetzt. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Das ist auch Zeitschleifer. Oh, die Leiche da sieht. Oder Komposit B, beide sehr gut. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht. Oh, die Leiche da sieht. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht. Oh, die Leiche da sieht. Oh, die Leiche da sieht. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Eine perfekte Atacke. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Oh, die Leiche da sieht lecker aus. Und auch ein sehr guter Viking. Da haben wir mal einen Viking-Spieler gesehen, der in der Hero League unterwegs ist. Nice. In der Storm League, nicht mehr Hero League. Cool, cool, cool. Oh, wir werden auch favorisiert. Nein, die Gegner waren favorisiert. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Ein paar Mega-Fails gehabt. Wir haben einmal gestorben, aber nicht aufgepasst haben. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr gut runtergespielt, das Ding. Eins hat mal gecatcht worden, aber da haben wir dann Gott sei Dank die Anna am Start, die das echt gut gespielt hat. War ein bisschen greedy, aber es hat funktioniert. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Danke fürs Einschaden. Tschö. .